Musik Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Torchlight 2 Gestern... Wie hab ich das jetzt gemacht? Ach, hier stehen die Missionen! Ne, ich bin so blöd! Gestern, meine lieben Freunde, kam ja keinen Torchlight raus Heute wird's auch später kommen, weil ich's jetzt erst aufnehmen kann Und dann nachher auflade Also ich denke mal eine Stunde später, also so 17 Uhr oder so wird's kommen Und... Ja, es tut mir sehr leid, ich hab's gestern nicht mehr geschafft Es war doch ein bisschen mehr zu tun Ähm... Okay, dann leg mal einfach mal los und ich guck mir jetzt gerade mal Okay, warte mal Die eine Mission der Gnade Geht durch den Wachtwaldportal Geile Schichte bisher Ach, da steht auch hier drüben, okay Da hab ich nie so drauf geachtet Ähm... Wachtwaldtempel Ebene 1 Transport Da müssen wir hin, genau Ach, wir sind ja an dem Vieh gestorben Ähm... Äh... Ich weiß es noch Das war katastrophal Stopp Kleinen Moment, bevor wir das machen Bevor wir das machen Ja Achso Ich habe nicht genug Gold Das muss sein Also ohne geh ich da nicht noch mal rein Wir... Probieren das jetzt noch mal Puff Alter Dann wollen wir mal gucken Ging's hier lang? Ich weiß es gar nicht mehr Ich fahr das Test das so ganz aus So, hier Dann hat man da den Feuerball Dann hat man den Netakobold Dann hat man den Pfeil Dann hat man das Ding noch Und mit 6 konnte man eventuell noch einfrieren Nutze ich aber eher selten Vielleicht sollte ich es mehr nutzen Dann wäre vielleicht einiges einfacher Treppe nach unten Die meisten Verzauberer können einen beliebigen Gegenstand zweimal verzaubern Das konnte ich nicht zu Ende lesen Okay, war man denn hier eigentlich schon? Waren wir hier schon? Ah ja, genau Hier waren wir schon Alles schön Puff Alter Schwede Also jetzt wird es auf jeden Fall Harz Das kann ich euch sagen Also der letzte Bosskampf Das war ja Alter, das war Boah Mr. Tentakelmon hier Verzaubern wird nicht klappen Achso, stimmt Wir waren ja schon hier drinnen Genau Hier die Ebene ist abgesucht Nur auf der anderen Ebene hat man Glaube ich noch irgendwas übersehen Wo ich nicht hinkam Ach, das ist Ach, das geht ja weiter Stimmt Der lebt ja genau so jetzt noch Oder? Oh, lol Das ist ja easy Denkst du dir Oh ja, jetzt kommt Vögelkrisse Bosskampf Und dann einfach nur Ja, die Mission Würde ich auch nicht haben Wo ist denn der Typ jetzt? Okay, trotzdem nicht Hallo? Also kann ich gar nicht Ich bin gerade erst frisch hier reingekommen Lasst mich doch in Ruhe Wo ist eigentlich meine Katze? Stirb du Großregenten Kobold 4 Hier, das dummigen Stirb Hallo? Stirb Jetzt stirb doch mal Wow Okay, go, 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 go Wo ist der Typ? Wir haben Wir haben Gliedergürte Oh mein Gott Wir haben ihn endlich besiegt What the fuck? What the fuck? Okay Gebe ich das jetzt bei der Katze? Boah, Alter Endlich Endlich haben wir diesen Komischen Typen Identifizieren Wahre Nordstiefel Set Wahre Norden Okay 6 Bonus auf Attribut Fitalität Um 6 schnellere Angriffe 30% Gesundheit gestohlen Brauche ich jetzt nicht Ist auch nichts, was ich jetzt behalten würde Ähm, was haben wir hier? Eispanzer nur Prions Kuros Auge Gibt Gesundheit Dann werfen wir den hier Was ist das denn? Glück bei Magiefittum 1 erhöht 85 Gesundheit 7 Mana What the fuck Der Vorderstufe 24 Den hebt man auf Auf jeden Fall Gefundene Goldmenge Wollt man auch aufheben Stimmt Ich sortiere das mal runter Damit wir das jetzt nicht verpatzen Äh, 50% Rückgestoßen Resistenz Regentenschultertuch Des Maultiers 41 Gesundheit 2 leere Sockel Da wir Gold momentan sehr brauchen Werfe ich den mal weg Äh, dann kann die Katze Erstmal wegrennen Euer Begleiter ist fortgegangen Okay Gliedergörter aufheben So, wir gucken mal noch ganz kurz Ob wir vielleicht uns jetzt was anziehen können Von dem Zeug Gefundene Goldmenge Um 3% erhöht Gesundheit Erhöhung Komm, wir nehmen uns das jetzt mal einfach Weil wir es können Den Schweißer natürlich nie weg Der kommt hier her Äh, 6 Mana behalten wir auch momentan noch 19 Mana Ist der jana Kopfschmuck des Mysteriums Irgendwann der ja wohl weg hier Rüstung gegen Körperschaden Zwei Sockeleffekte Äh, ähm Bonus Das ist natürlich nicht doof Oder soll man machen müssen Aber es ist natürlich Kör natürlich zum Spiel Oh Was ist das? Wächter der Wildnis Wächter der Wildnis Okay, dann Klicken wir erst mal die Bostruhe an Und dann geht's zum Wächter der Wildnis Okay, der Regent war anscheinend der Gegen den wir gerade gekämpft haben Ach, deswegen hieß der auch Regent Ah, okay Na, dann sind wir ja gerade mal rechtzeitig gekommen Quest abgeschlossen Gehe zurück in die Stadt Super Okay, da hat jetzt Das ist jetzt natürlich Na gut, reden wir mal mit Kommandantin Vale Ich weiß nicht, ob dem Alchemisten bewusst ist Welche Verwüstung Ordrax Herz anrichtet Oder ob es ihn einfach nicht kümmert Ich hoffe, man kann ihn irgendwie aufhalten Bevor es zu spät ist Ihr sollt also in die Knochenwüste Wisst ihr was? Ich glaube, dabei kann ich euch helfen Der hat doch gar nichts von Knochenwüste erzählt Hör auf zu lügen, Mädel Raumfähiger, präzise 138 Schaden pro Sekunde Durchschnittliches Angriffstempo 0,90 Sekunden Körperlicher Schaden Rückstoßen, körperlicher Schaden Abzug der Chance des Patzer Für Patzer Selten Pistole Schaden pro Sekunde Sehr hohes Angriffstempo Körperlicher Schaden Mana bei Treffer gestohlen Wir haben momentan eine Schlechtere Schamanenbogen Zweihändig präzise 20% zurückstoßen Abzug durch Patzer 2%ige Chance auf Kritzschuss 20% zurückstoßen Und 5% schneller Angriff Wir nehmen die Glattlaufpistole auszehrend Ich werde veranlassen Dass man euch nach Zerifesh in der Knochenwüste bringt Sprecht einfach mit dem Transportmeister Wenn ihr reisefertig seid Alles klar Mädel Dass nicht ihre Mund beim Sprechen bewegt Ihr habt eine Quest bekommen Gut, dass ihr es geschafft habt Ihr habt eine Quest bekommen Äh, Jungen Warte mal Erstmal gehen wir hier rein Und wir haben hier doch noch Zeug Ne, haben wir nicht Ich leg jetzt mal Den Spaß hier rein Den wir mal aufbehalten wollten Berserker Rundschild der Wärme Behalte ich jetzt auch noch mal Ich kriege keinen Bock Hab mir das durchzulesen Ähm, das sieht ja auch geil aus 92 Gesundheit und 24 Eispanzer Der ist wesentlich besser Als unsere Eisring Unsere Eisring Giftschwall Eisring Würde ich dafür wegtun Ne, Quatsch Ich würde den Normalen Eisring wegtun Den da weg Und dafür den rein Okay Gemeinsames Lager Der verzaubert Zerstört Edelsteine In gesammelten Gegenständen Zerstört Gegenstände Und war die Edelsteine darin Ich würde nämlich gerne Jetzt hab ich's weggelegt Moment Na nun Wo ist denn das? Er hat noch Irgendwas? Genau Ich wollte die Prion Kurus Auge weglegen Genau Da haben wir Prion Kurus Auge wieder Dann würde ich nämlich Prion Kurus Auge In das Ding da reinhauen Und da haben wir jetzt hier Einfach mal Klapp Klatte 130 Gesundheit Bonus Alter Wot the fuck Können wir das anlegen können Stufe 24 Wir sind momentan Stufe 22 Dauert noch ein bisschen Aber wenn wir den anlegen können Aber wenn wir den anlegen können So lange lege ich jetzt einfach mal den Eispanzergürtel an Das ist kein Problem Dann lege ich mir den hier rein mal wieder Dann lege ich da auch mal die ganzen Kristalle rein Die brauchen wir nämlich auch gerade noch nicht Und weißt du was der ganze Rest der kann Der ganze Rest der kann einfach mal komplett hier Ich nimm einfach mit Stopp Na Moment Meine Pistole Die will ich behalten Hier nimm mit den Dreck So aber halt doch Und kann ich die anlegen eigentlich Ah nicht du 24 Okay Dann lege ich die mal hier rein Und dann gucken wir mal Dass wir vielleicht noch Jetzt Das Ding hier Das will ich mir auf jeden Fall upgraden noch Das wird nämlich richtig krass 4 Mana Alter Wir kriegen Wir kriegen mit diesem Ding 12 Panzer von jedem 130 Gesundheit von jedem Und noch einfach mal satte 11 Mana dazu Das wird sowas von der OP-Gürtel Regent Adrains Scherpe mystisch Seltener Gürtel Den werde ich nie hergeben Also den werde ich Den werde ich Also das kann ich vergessen So dann gehen wir mal zu unserem Spotmeister Und hier fragen mal hier Möchtet ihr denn nach CiriFesh reisen? Ja ich möchte nach CiriFesh Und endlich kommen wir mal aus der Steppe hier raus Und können uns mal Der nächsten Steppe Und dann geht's